Hallo, ich bin der Andreas und ihr seht Filmwelt TV. Ja, ein letztes Mal hier aus der netten, nebligen Kulisse mit viel Bling Bling und viel viel Deko. Wobei es nur ein Teil von unserer Deko, bei uns geht es ja jetzt bald richtig los mit der kleinen Mini-Halloween-Party. Und von daher wollte ich jetzt das letzte Video hier drehen und dann kann das Zeug nämlich wieder weggeräumt werden und kommt dann ins Wohnzimmer, was entsprechend Halloween-mäßig noch dekoriert wird. Ja, ich sitze hier jedenfalls gemütlich mit dem Kaffee und habe gedacht, so zum Abschluss des Halloween-Oktobers, in welchem ich ja Filmwelt TV wiederbelebt hatte, erzähle ich euch noch ein bisschen so, wie es weitergeht, ob es weitergeht und warum es überhaupt wieder Filmwelt TV gibt oder gab. Ja, Filmwelt TV war ja jetzt, kann man sagen, so anderthalb Jahre verschwunden und das hatte auch seine Gründe. Lief damals eigentlich gar nicht schlecht, muss ich sagen und ich war wieder richtig gut im Flow, hatte ja so einige Filme wieder rausgekloppt, auch richtig aufwendige Intros gemacht, wie hier bei die Geheimnisvolle Insel, das war ja in den letzten Videos oder Verbinden Planet war das allerletzte Video und dadurch auch sehr aufwendige Intros gemacht und dann kam der Cut. Einige haben es ja vielleicht auf meinem Hauptkanal mitbekommen, dass damals ein nicht so schönes, ähm, ja, etwas nicht so schönes passierte und zwar saß ich gerade bei den Dreharbeiten für das Intro zu Verbinden Planet in meinem Zimmerchen vom Greenscreen, boppelte so ein bisschen mein Text rein und da klopfte es und ich erfuhr, dass mein Bruder tot ist. Und das hatte mich natürlich heftig getroffen. Ich habe das Video aber dann trotzdem fertig gemacht. Einfach um mich abzulenken, um irgendwas anderes zu machen, um auf andere Gedanken zu kommen, habe ich dieses Video einfach mal zusammengeschnitten, hatte das Material schon soweit alles fertig, musste es also nur noch zusammenschneiden und ich fühlte mich aber dann überhaupt nicht gut dabei und hatte es ja hochgeladen und danach kam dann dieser Break, weil ich einfach nicht, ähm, ich habe das Ganze irgendwie mit dem Video auch verbunden und, ähm, es fiel mir sehr schwer und von daher habe ich FilmweltTV auch halt den Rücken gekehrt, muss ich sagen, und da nicht mehr weitergemacht. Obwohl ich vorher wirklich gut im Flow war, obwohl ich vieles geplant hatte, ähm, auch schon ein paar Skripts vorgeschrieben hatte zu anderen Videos und, ähm, aber ich konnte und wollte dann zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Und es war dann auch, ähm, noch eine ganze Zeit danach das Problem, dass ich dann immer, wenn ich mal auf FilmweltTV vorbeischaute, dieses Video als das letzte Video auf FilmweltTV sah. Und dieses natürlich immer mit dem Ereignis verbunden hatte. Ich wollte es auch nicht, äh, nicht löschen, weil, ähm, ich auch die Erinnerung, auch wenn sie negativ ist, auch nicht damit löschen wollte. Äh, skurril irgendwie, aber, ähm, jedenfalls, ich wollte irgendwie mit allem nichts mehr zu tun haben und habe mich auf Ich-Packe-Aus konzentriert. Und jetzt, wo dann Halloween kam, habe ich mir gedacht, hey, du hast früher immer gerne Halloween-Videos gemacht und so, versuch mal wieder was auf. Ich packe aus, ähm, hasse nichts, um Halloween-Videos zu machen. Du hast keine Produkte, die du entsprechend vorstellen kannst. Also, geh mal wieder zu FilmweltTV und guck mal, ob überhaupt noch Interesse an FilmweltTV besteht. Und von daher habe ich halt die ganze Sache mal gestartet und eben FilmweltTV wiederbelebt. Und ich hatte jetzt eigentlich nicht direkt geplant, das dann auch komplett durchzuführen, also weiter laufen zu lassen, dass das jetzt FilmweltTV so weiterläuft, wie jetzt im Oktober. Ich glaube, ich habe jetzt zehn Videos oder so rausgekloppt in dem Oktober auf FilmweltTV und ich packe aus, eigentlich komplett schleifen lassen. Nur, ähm, das wird jetzt nicht so weitergehen, dass ich jetzt jeden Monat so viele Videos raushaue. Also, die Videos sind auch heftig viel Arbeit, muss ich sagen. Und, ähm, ich habe da auch in Zukunft gar nicht mehr so viel Zeit. Hatte ich ja auch schon auf meinem anderen Kanal erzählt, dass ich jetzt ab 1. November einen neuen Job anfange. Und von daher auch noch gar nicht einschätzen kann, wie viel Zeit ich überhaupt noch zum Videodrehen habe. Und, ähm, ich wollte eben auch hier mal schauen. Einmal bin ich jetzt froh, dass das Video nicht mehr das letzte Video ist, was oben ist. Und, ähm, ich wollte einfach schauen, ob überhaupt noch Interesse besteht. Es ist ja mittlerweile extrem schwer, auf YouTube überhaupt noch irgendwie so ein bisschen was zu reißen. Vor allem, wenn man lange Zeit weg war, ähm, sieht man ja jetzt auch, die ganzen Videos, die ich jetzt gemacht habe, die 10 Videos, die haben natürlich nicht mehr die Aufrufe wie vor anderthalb Jahren. Und von daher muss ich mal gucken, ob sich das in Zukunft überhaupt noch lohnt. Aber ich würde eigentlich ganz gerne schon ein bisschen weitermachen, weil es macht mir schon Spaß. Auch die Intros, auch so aufwendig sie sind. Aber ich bin manchmal selbst so ganz zufrieden, klopfe mir mal auf die Schulter oder so, weil sie wieder gelungen sind. Oder der Gag auch irgendwie saß. Ähm, und von daher macht mir das schon Spaß. Nur es ist, wie erwähnt, viel Arbeit. Und ich bin auch nicht so ein Filmlexikon, also ich muss mir die ganzen Texte so wirklich hart erarbeiten. Ich sitze da oft nachts, stundenlang und schreibe mir das Zeug zusammen. Auch jetzt Willard und Ben, das war so ein bisschen umfangreicher geworden, als ich geplant hatte. Da saß ich drei Tage dran, um die ganzen Bilder zu sammeln, die Infos zu sammeln und das alles rumzuschnippeln. Film hatte ich mir dann auch angeguckt. Und, ähm, das Lustige war, ich hatte nur vier Videos für den, also vier Oktober-Special-Videos geplant. Weil ich dachte, einen Monat hat vier Wochen und von daher werden vier Donnerstage sein. Und, äh, vier Mittwoche, weil ich ja immer Mittwochs das Special raushaue. Und dann wird das reichen. So hatte ich dann die vier Special für Mittwochs vorgedreht mit meinem Mädel, auch diese Intros. Und dann gucke ich auf den Kalender, als alles schon fertig ist und denke, scheiße, da ist ja noch ein Fünftachtag. Wir haben ja fünf Mittwoche im Mittwoche, oder Mittwochs, Mittwoche. Wir haben jedenfalls fünf davon im Monat Oktober. Und dann habe ich gedacht, Mist, da fehlt dir jetzt ein Video, jetzt musst du ja irgendwas machen. Und da fielen mir dann noch zufällig die beiden Filme in die Hände. Willard und Ben in der Ramschkiste. Erst hatte ich einen anderen geplant. Ich hatte tatsächlich erst hier No One Lives geplant. Dass ich den vielleicht noch nachholte. Der liegt bei mir schon seit zwei Jahren eingepackt. In der Uncut-Version habe ich erst gedacht, vielleicht machst du dazu was. Aber ich hatte nicht wirklich Lust. Und als ich dann Willard und Ben sah, da war ich erst mal hoch erfreut, dass ich die Filme überhaupt gesehen hatte. Und dachte, hey, kann doch nicht sein. Die alten Klassiker. Und es hat mir auch Spaß gemacht, die anzugucken. Und auch Infos zu sammeln, wobei es bei den beiden Filmen wirklich schwer war, irgendwas rauszufinden. Weil so viel gibt es da gar nicht mehr zu an Infos. Und jedenfalls habe ich dann die Unboxings gedreht. Dachte, scheiß Amaris, das ist ein bisschen wenig zu zeigen. Von daher musste ich natürlich viel Bildmaterial suchen. Und das Hauptproblem waren die Intros. Weil mein Mädel war nicht hier. Wir konnten jetzt nicht nochmal diese Szenen mit Jason und Sadako drehen, wo sie mit dem Herrchen da sitzt. Also musste ich die ganzen Szenen nehmen, die wir schon gedreht haben. Die ich dann beim letzten Mal nicht verwendet habe, was irgendwie mal nicht geklappt hatte. Irgendwelche Takes, die halt nicht benutzt wurden. Und da habe ich dann was zusammengebastelt. Von daher ist auch in dem Video am Anfang, dass Sadako immer hin und her seppt. Weil ich nichts hatte mit ihr. Und deswegen hatte ich das eingebaut. Nur ich mich als Jason konnte ich mich ja nochmal hinsetzen. Habe ich dann auch nochmal gemacht. Aber sie war nicht hier. Und von daher musste ich sie so ein bisschen hin und her hüpfen lassen. Und deswegen ist auch das Ende, das Outro quasi extrem kurz ausgefallen. Weil man dann nur diese kurze Szene mit dem Knipser hat. Ja, das war nochmal ein Gefriebe. Da überhaupt was zusammen zu kriegen. Wie gesagt, das ist viel Arbeit. Und ich bin eben nicht dieses Filmlexikon. Ich muss da wirklich stundenlang sitze ich da. Ich bewundere Leute wie hier Lord Mungumfull. Liebe Grüße, Chris. Ich weiß nicht, wie du das alles machst. Wo du die ganzen Infos her hast. Wo du die dir aus dem Kopf bei dir holst. Und das ist bei mir nicht. Wenn ich da stundenlang sitze, mir die ganzen Sachen zusammenschreibe. Wo wer mitgespielt hat. Welche Hintergrundinfos nochmal zu dem Film gibt. Und so. Sobald ich das alles geschrieben habe. Gelesen. In meinem Mikro gesprochen habe. Video abgeschlossen. Abgedreht habe. Und so. Danach sind die Infos auch wieder gelöscht. Also ich speichere die nicht lange. Ein paar Bruchteile noch. Aber ich bin manchmal selbst überrascht, wenn ich alte Filmwelt TV Videos gucke. Und so. Echt? War das so? Oho. Könnte ich mich gar nicht daran erinnern. Speichere ich mir nicht mehr. Früher, so vor 20 Jahren oder so. Als ich noch so richtig drin war im Filmgeschehen. Noch Filmmagazine sammelte und so. Da habe ich wirklich jeden Fitzel gesammelt. Gelesen. Und, und, und. War da echt gut drin. Wusste Darsteller, Regisseure und, und, und. Zu allen möglichen Filmen. Weil irgendwann. Verschwimmt das Ganze. Und auch heute. Ich befasse mich da nicht mehr so mit. Muss ich einfach sagen. Und von daher ist das immer für mich ein bisschen Arbeit. Die ganzen Hintergrund. Ich gucke immer noch gerne Filme. Aber ich befasse mich nicht mehr so damit. So ist das halt. Und, ähm. Dann. Auch die Frage, die manchmal gestellt wird. Warum ich so viele alte Filme vorstelle. Und ich muss mal meinen Kaffee trinken. Hat nicht nur jetzt damit zu tun, dass ich alte Filme liebe. Hat nicht nur damit zu tun, dass ich jetzt alte Filme liebe. Sondern auch, dass, wie ihr ja vielleicht wisst, ich eher so ein Schnäppchenkäufer bin. Ich bin nicht bereit dafür, für einen Film 20, 30 Euro auszugeben, sobald er erscheint. Und ich bin auch nicht bereit, mir jeden Film sofort zu kaufen, nur um den sofort in die Kamera zu halten. Und, ähm, das ist nicht meins. Und, ähm, ich warte lieber drei, vier Monate, dann kriege ich den Film für 10 Euro, der vorher 30 Euro gekostet hat. Und da habe ich kein Problem mehr mit zu warten. Früher, als ich noch jünger war, ja, da wollte ich auch alles ganz früh haben. Aber mittlerweile, nö, ist mir egal. Also, ich muss, ich muss schon lange nichts mehr sofort haben. Auch hier, ihr seht hier, ich weiß nicht, ob ihr das gar nicht seht, hier sind so viele eingepackte Filme. Das Ding ist, dass ich, und das sind noch ein paar von meinen eingepackten Filmen, die Filme stehen bei mir teilweise schon zwei Jahre rum. Also, das sind echt Filme, die habe ich vor zwei Jahren gekauft und immer noch nicht ausgepackt. Weil, ich auch schon damals dachte, vielleicht machst du ja zu dem oder dem Film mal was auf Filmwelt TV. Also, lass den erst mal eingepackt, weil du musst ja noch das Unboxing irgendwann drehen. Total bescheuert, ne? Deswegen sammeln sich manchmal auch stapelweise Filme da, eingepackt, und die verstauben. Es kommt dann schon mal vor, dass ich mich dann abends hinsesse und gucke auf diese eingepackten Filme. Und denke, scheiße, die zeigst du sowieso nie. Und dann greife ich mir so einen Buzel und sitze ich da, pack einen nach dem anderen aus. Aber ich habe eben immer noch viele hier liegen, die hier auch diesen No One Lives. Den war ich jetzt erst am überlegen, ob ich den auch hier in meinem Oktober-Special, wie gesagt, mit reinhaue. Den habe ich vor zwei Jahren ja gekauft. So lange liegt der hier. Und das ist die Uncut-Version. Ich habe nur die Cut-Version gesehen. Und ich habe immer noch nicht die Uncut-Version gesehen. Dabei wollte ich die schon immer mal sehen. Aber ich habe ihn mal eingepackt gelassen, weil ich dachte, ich mache es mal ein Unboxing zu. Genau, so King Kong. Kong Skull Island. Habe ich hier auch. Liegt auch schon ein Jahr oder so oder länger hier rum. Den fand ich auch richtig cool, muss ich sagen. Das ist hier die 3D-Blu-Ray-Version. Die hatte ich mir auch gekauft, damals auf Amazon. Und es kommt schon mal vor, dass ich Filme auch kaufe, wenn sie neu sind. Auch jetzt mit dem letzten Godzilla habe ich es gemacht. Auch hier in der Amazon-Exklusiv-Edition mit 3D und 2D zusammen. Eben aus dem Grund, weil ich die zusammen haben wollte, 2D und 3D. Ich gucke halt hier im Heimkino bei mir, gucke ich echt gerne 3D. Im Kino selber gar nicht so gerne. Aber Heimkino 3D finde ich geil. Und von daher wollte ich auch jetzt den Godzilla 2, King of the Monsters, den wollte ich halt in dieser Version. Auch wenn er mit 34 Euro mir echt zu teuer eigentlich war. Aber ich wollte ihn jetzt haben, weil ich den ersten damals, den ersten Godzilla in der Edition, habe ich verpasst. Der war sofort vergriffen und von daher habe ich gesagt, jetzt kaufst du ihn mal. Bei meinem Glück liegt er wahrscheinlich jetzt Monate rum und wird irgendwann für 10 Euro verkauft. Also es kommt schon mal vor. Auch hier Elite Battle Angel. Habe ich auch vor einiger Zeit gekauft. Der war mir eigentlich auch zu teuer. Und ich habe dann, dann hatte Saturn mal so eine Aktion, 19%, Mehrwertsteuer, bla bla bla. Und die hatten dann sowieso schon etwas günstiger. Und dann habe ich den für 24 Euro abgekriegt. Dann habe ich gedacht, okay. War ich auch erst am überlegen, ob ich ein Special zu mache. Aber jetzt kommen wir, warum ich hauptsächlich ältere Filme zeige. Weil ich, wie gesagt, meistens warte, bis die Filme billiger sind. Dann vergehen drei, vier Monate. Und dann sage ich mir, okay. Jetzt habe ich mir zum Beispiel so einen Elite Film gekauft, den ich auch wirklich klasse fand. Und dann sage ich mir, hey, den haben die gerade erst alle vor drei, vier Monaten gezeichnet. Warum sollst du den jetzt auch noch hochhalten? Bringt da irgendwie nichts mehr. Und von daher fallen die neueren Filme oft bei mir unter den Tisch. Weil die eben gerade jeder gezeigt hat. Und von daher beschränke ich mich oft mehr eben auf so Klassiker. Hier habe ich auch noch ein paar Klassiker. Der große Fall ruft. Auch noch einmal eingepackt. Ich wollte den eigentlich längstens mal gucken. Mit Cary Grant und Leslie Caron. Oder hier, den habe ich vor kurzem im Fernseher gesehen. Der Henker mit Robert Taylor in Western. Ich fand den richtig klasse, muss ich sagen. Und den habe ich jetzt in der Wühlkiste für 3,50 Euro gesehen. Das ist sofort natürlich mitgegriffen. Wollte ich auch sagen, neuere Filme. Ja, wie fange ich da an? Ich bin halt etwas älter. Ich weiß, man sieht es mir nicht an. Aber ich bin halt etwas älter. Ich bin mit den Filmen der 70er, 80er und so aufgewachsen. Und habe natürlich als Kind auch die ganzen alten, wirklich alten Schinken gesehen. Aus den 40ern, 50ern, 60ern oder so. Sowas lief damals bei uns im Fernseher. Also es nur drei Programme gab im Fernseher. Und da viele alte Western und so. Das sind die Filme, mit denen ich aufgewachsen bin. Und ich muss sagen, dass ich von neueren Filmen mittlerweile ein bisschen übersättigt bin. Ich habe, ich finde, dass vielen neuen Filmen irgendwie so dieses Herz fehlt, man. Ich weiß auch nicht. Ich sitze oft, auch jetzt diese ganzen Marvel-Filme und so. Ich finde die cool, größtenteils. Gucke mir die auch gerne an. Aber die plätschern so an mir vorbei. Also da kann es passieren, dass ich mit meinem Laptop irgendwie am Schoß sitze. Ein bisschen tippert. Dann gucke ich wieder ein bisschen, ein bisschen Action, bla bla bla. Was, CGI, Overkill und so, wie viele heutige Filme. Aber ich kann sie nicht mehr unterscheiden, was in welchem der Marvel-Filme passierte. Auch habe ich selber gar keine mehr gekauft. Ich glaube, der letzte, den ich gekauft habe, war Thor 1 oder 2. Seitdem habe ich keinen Marvel-Film mehr gekauft. Weil, ähm, pfff, alles irgendwie gleich. Und da ist bei mir so eine Übersättigung in letzter Zeit gekommen. Dass ich zwar die neueren Filme noch gucke, aber nur noch wenige da sind, die mich wirklich fesseln. Oder wo ich wirklich Spaß dran habe. Wenn ich dann aber hier, wie bei so einem Klassiker, vor einiger Zeit im Fernsehen lief, ähm, dann sitze ich da plötzlich abends. Ein Western oder so läuft. Und dann fange ich an zu gucken. Lege ich den Laptop beiseite. Tasse Kaffee auf den Bauch. Und gucke den richtig geschillt. Und, ähm, das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob es mit dem Alter zusammenhängt, weil ich mit den Filmen aufgewachsen bin. Eine heutige Generation mit einem Marvel-Film. Die kann mit den alten Filmen wahrscheinlich nichts anfangen. Aber es ist ein anderes Kinovergnügen. Oder ein anderes Filmvergnügen. Ein viel entspannteres, ein harmonischeres Filmvergnügen irgendwie. Heute ist ja nur noch bumm, 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 bumm. Und da, da hat man nicht alle drei Sekunden einen Schnitt. Da läuft auch schon mal eine Zähne, fünf Minuten in einem durch. Und, ähm, weiß nicht. Und das merke ich jetzt, je älter ich wieder werde, oder wieder werde, je älter ich jetzt auch langsam werde, dass ich wieder zu den Filmen zurückfinde, mit denen ich eigentlich aufgewachsen bin. Dass ich, ähm, da wieder viel mehr Spaß dran habe. Ich habe auch mehr Spaß daran, mir so alte Schinken zu kaufen, als eben, ähm, was weiß ich, neue Filme. Und von daher seht ihr auf Filmwelt TV, äh, tut mir leid, aber größtenteils eben so alte Sachen. Und ich finde es eben auch schön, diese alten Filme eben der jüngeren Generation näher zu bringen. Weil, es ist erschreckend, dass, ähm, so viele bekannte Namen aus alten Zeiten plötzlich verschwinden. Äh, die heutige Jugend, wenn ich da manchmal höre, dass, äh, allein so Namen wie Mary Monroe, dass viele nicht mal wissen, wer die ist oder war. Elvis Presley. Wer? Die Beatles? Nie gehört. Und das ist immer erschreckend. Okay, die haben jetzt nicht so viel, äh, Elvis schon ein bisschen, aber Beatles jetzt. Äh, doch, die haben ja auch Filme gemacht, ihr Lust habt. Wollt mich noch zu. Ja, jedenfalls, ähm, so bekannte Namen, wo du denkst, die muss doch jeder Mensch kennen. Aber die Kids von heute? Hä? Nö. Kardashian kenne ich, ja. Die Freak Show. Aber sonst, ja. Jo, so ist das. Und von daher finde ich das ganz schön. Und ich selber finde es eben auch schön, einige Hintergründe zu erfahren von damals, so. Von diesen Filmen, was damals war, wer damals noch was gespielt hatte und wie die das damals gemacht haben und so. Das finde ich irgendwie viel interessanter als bei den heutigen Filmen. Erschreckend finde ich aber auch, wenn man dann immer so nach den Darstellern so googelt, was machen die heute, was macht der heute. Äh, tot, tot, tot. Hatte ich auch jetzt hier bei die sieben goldenen Männer, fand ich damals richtig heiß, die, 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 die nette Dame da in dem Film. Tot. Das ist so ein bisschen deprimierend. Wenn so die ganzen Stars oder die, die du alle lieb hattest in deiner Kindheit, wenn die plötzlich alle tot sind, ne. Jo, darauf einen Schluck Kaffee. Jedenfalls, das ist der Grund. Blotfaser. Boah, hab ich die beiden alle gezeigt hier. Und so gibt es auch hier so ein paar nette, auch hier Neuverfilmungen. Jumanji zum Beispiel, war ich sehr überrascht. Auch wenn ich hier finde, dass Dwayne Johnson das ein bisschen übertreibt, auch hier bin ich ein bisschen übersättigt mit Dwayne Johnson. Also der macht ja tausend Filme im Jahr. Den weiß ich gar nicht, ob ich den gesehen habe, The Salvation. Oh, wie gesagt, ich hab hier so einige. Auch noch eingepackt. Oh, so Klassiker hier, letztens gekauft. Sogar DVD, eigentlich kaufe ich wirklich nicht mehr viel DVD, aber die gab es nur auf DVD. Nicht erschrecken. Hab ich letztens mitgenommen, für 5,99 Euro jeweils. Jerry Louis, die Marken. Jo. Von denen, das sind ja halt so meine Kindheitshelden. Vor allem Jerry Louis und so. Oder Louis de Finesse. Das sind ja so diese Grimassenschneider. Und die sind es eben, die ich auch in meinen Videos oft kopiere quasi. Also diese Grimassen und so, wenn ich diesen Art Deppen da im Kino und so spiele. Das ist alles so ein bisschen Jerry Louis und Louis de Finesse. Und die haben mich halt geprägt und von da kopiere ich dann auch so ein bisschen. Ja. Naja. Okay, ich weiß gar nicht, was wollte ich noch erzählen. Ach, wo Klassiker. Ich habe gerade erst vor einer Stunde noch ein Klassiker geguckt. Und zwar The Return of the Living Dead. Die haben mein Mädel und ich vor kurzem vom lieben Olli Ancutt, herzliche Grüße an dich nochmal und auch nochmal herzlichen Dank für den coolen Film, bekommen. Und da habe ich mir gerade in den Film nochmal reingezogen, nachdem ich den lange nicht mehr gesehen habe. Und da ist ja die strippende Leena Quigley, oder wie sie heißt, hier hinten. Ich habe da total anders in Erinnerung gehabt. Ich habe gedacht, die strippt da nur mal kurz auf dem Grabstein. Aber die läuft ja den ganzen Film nackt rum. Fand ich gut. Darauf ein bisschen Nebel, ne? Jo, hat mich jedenfalls noch unterhalten. Und wie gesagt, es macht mir Spaß. Ich habe auch Netflix und tatsächlich Maxlum. Ich glaube, niemand hat mehr Maxlum. Ich habe Maxlum und ich muss tatsächlich sagen, ich gucke mehr Maxlum als Netflix. Obwohl die nur so diese alten Filme haben. Beziehungsweise genau deswegen. Da laufen zig solche alter Western und so. Und auch trashige Filme, die gucke ich mir ein nach dem anderen an. Auf Netflix finde ich oft überhaupt nichts. Boah, ja. So. Schade. Ja, habe ich auch gerade gesehen auf Maxlum. Das Gehirn. Haben mir auch einige vorgestellt. Trashiger Klassiker. Ich kannte den gar nicht im Film. Und der ist schon sehr skurril. Okay. Ich glaube, das war es jedenfalls. Ich weiß gar nicht, wie lang es geworden ist. Ich habe hier irgendwie, wird gerade keine Zeit eingeblendet. Aber ich meine, das Ding geht gleich aus. Ebenfalls ist die Batterie auch schon am blinken. Ich werde nämlich jetzt hier das alles abbauen. Da wir jetzt in Kürze unsere Halloween Party starten. Kostüme stehen auch schon größtenteils fest. Da müssen wir nur noch ein paar kleinere Sachen kaufen. Deko ist hier halt ein Teil von unserer Deko. Der Rest ist noch verpackt. Das wird dann alles so schön noch aufgebaut im Wohnzimmer. Und dann machen mein Mädel und ich wieder eine nette kleine Halloween Party. Ja. Seht ihr ja dann vielleicht auch freilaufende Spinner, wenn er mal vorbeischaut. Und ansonsten müssen wir mal schauen, wie es mit Filmwelt TV weitergeht. Könnt man ja auch mal gerne schreiben, was euch gefällt, was euch interessiert, was euch weniger gefällt. Und irgendwie blinkt gerade die Kamera. Okay. Ah, Speicherkarte ist jetzt gleich voll. Okay. Ich sollte von daher sagen, ja, das war es. Wie gesagt, schreibt einfach mal, was euch gefällt, was euch weniger gefällt. Was ihr sehen möchtet, was ihr nicht sehen möchtet. Ja. Und wie das überhaupt so gehandhabt werden soll. Ja. Okay. Ich danke auf jeden Fall fürs Zusehen. Und war schön, dass ihr im Oktober dabei wart. Von daher, macht's gut und bis die Tage. Und ciao. Ich warte immer noch darauf, dass irgendwann mal jemand die Feuerwehr anruft, weil so am Fenster bei mir irgendwo Rauch aufsteigt. Ich weggehe. ARD Text im Auftrag von Funk